Dann ist es so, dann kann man nix machen, dann müssen wir es akzeptieren. Das ist mir dann aber auch ganz ehrlich völlig egal. Aber wir fahren jetzt mit rüber, ne? Ja. Fatsch aber, ihr werdet ihr, Kommander! So, GF, was machst du? Der GF, der fährt bestimmt jetzt da runden rein, ja. Zylens fährt doch auch nur mit mir bot, weil er keinen besseren findet. Im Moment finde ich keinen besseren. Doch, ne, oh ne, ja. Ja, aber weil du bist ja auch gut, also ich würde schon viele finden, die Zug fahren, ne? Aber ich will ja auch jemanden, der was taugt. Ey, der ist mit auf dem Weg. Ich brauche einen, ich brauche einen Zugpartner, der auf meinem Niveau ist, aber der ist verhofft. Roms, geile Sache, Farka. Ich hoffe, der wurde runtergeschützt, oder? Ich will es gar nicht wissen, was da wieder abgeht beim Gegner-Team. Yeah, komm, bleib stehen, Mann. Komm da nicht gerade noch nix rein. Also ich hab schon noch 2.000 spottet. Ich bin schon wieder, da läuft das. Boah, die E ist dreier. Dann schieß ich auch noch mal mit drauf, was du da spottet hast. Warte, 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 warte. Einer ist raus, der ist getrackt, die ist drei. Oh, der ist getrackt. Und nochmal getrackt von mir. Ey, da ist irgendwas davor gewesen. Ich hab irgendwie... Ja, hatte ich doch auch. Hat jemand den Sch... Oh, oh, oh. Ich hab Deep Reload. Ich auch. Kannst du dich zurückfallen lassen, den FV fressen lassen. Ich hab jetzt einen Schuss drin. Der hat ja schon auf dem FV. Ich hab jetzt zwei drin. Jetzt getrackt. Der FV fliegt runter. Der hat... Ich bin jetzt Deep Reload. Woooo, Feuerwerk. Ja, aber hat sich ja nicht mehr so gelohnt. War ja nicht mehr viel. Aber hat sich trotzdem schön an... hat schön ausgeschaut, oder? War so die Rache, dass er nicht beschossen hat. Aber zu ihm hat es sich gelohnt. Das hat dir einen Schuss gespart. Ne, wieso? Ja. War ein 189. Echt, ach so. Dann hat noch jemand anders drauf. Ich dachte, der hätte irgendwas mit 400 oder so. Ne, ne. Fahr zurück, Armwitz. Der lässt sich's ordentlich besorgen. Ja, jetzt hab ich ihn auch getrackt. Ja, ich bin der. Ich auch. Sonst würde ich ihn jetzt rausnehmen. Kommt der da gerade nicht weg? Schokupimmel, Alter. Was für ein Follow-Namen, ey. Danke viel Follow. Geiler Name. Oh, 1,7 hab ich schon. Ich glaub hier ist nicht mehr viel. Ich hab 1,4, genau. Ist nicht mehr viel, weil sich der Einer schon verunfallt hat. Jetzt kann da noch ein Scorpion... Der Rest drüber hier vorne. Ein Scorpion und ein Stritz da stehen. Da steht der Scorpion. Ah, da ist der Scorpion. Wo fährt er hin? Laut nur ein Scorpion sein, weil der Rest ist alles schon geboren. Sitz hier auch? Stritz ist hier noch, oder? Der Scorpion hat. Ritz ist bestimmt in der Ecke irgendwo. Jetzt kommen sie alle angegallert. Die haben den Damage gerochen. Der ist getrackt, der Scorpion bin im Reload jetzt. Zum Spaß bei Tio, Boxi, ey. Aber warte, ich kann jetzt grad nicht. Ich hab jetzt Deep Reload. Nö, der muss kämpfen. Aber du hast ganz, ganz viele Sniper, die da auch jetzt einballern. Ich kann jetzt auch kurz, oder? Ja, ich schieß jetzt auch, hab zwei Schüsse. Ja, hat sich aber ein paar bindet da. Hat sich gewastet. Ja. Warte, ich krieg die gleich rein in den T-34 da oben. Ja, der stand eben noch so schön frei offen. Und dann, plötzlich war er weg. IS-3 kommt daheim. Ich jala an. Einster A. Warte, den geb ich mit. Ja, wir haben dann ein Nistrassi. Sicher erledigt mit dem. Na, IS-3 hab ich verschossen. Ich bin Deep Reload. Dir auch. Ladex, danke dir auch für'n Follow. Drei Sekunden kriegt die IS-3. Sehr gut. Da deckst du dich voraus, IS-3. Du denkst du, ich bin blöd. Sprenn. RIP. Auch ein. RIP. Ich komm leider nicht an. Das überlebst du. Nee, das überlebst du. Reicht. Die HP reichen. Jetzt ist der raus, der IS-3. Sieht noch gar nicht mal ganz 100%. Ich save nach oben in den Außen. Aber sieht schon ganz gut aus. Da oben kostet jetzt Centurion Dingens da. Der ist zugegangen natürlich. Was auch sonst. Ach, genau. Ah, eine durfte ich noch. Ja, hab's gesehen. Du warst perfekt im richtigen Moment. Edelweiß. Ja, bleib da so stehen, Mann. Ich verleg mal. Ah, jetzt kommst du wieder ran. Ich treff hier nix. Ich bin zu blöden. Was? Glückstreffer. Ich verleg jetzt mal hier. Da rechts ist so'n Typ. Hm. Der macht mich auf. Alle sind am Stein hier. Das könnte der GF sein. Ah, jetzt. Der GF hat mich aufgehauen. Weil er ist im Moment zurückgefahren. Da steht noch ein Pantera immer noch oben drauf. An derselben Position. Hier ist ein S1. Kannst du mir mal kurz helfen? Ja, warte. Ich bin aber auch tief reload. Wo denn? Ja, hier hinten im Gebüsch natürlich. Der macht mich auf. Komm, wir rommeln den schnell raus. Der ist ganz hinten am... Oh, nee. Lass mich vorkommen. Am Stein. Am Stein. Da, wo die Art immer steht. So viele Steine hier? Ja, der dicke Stein hier. Der da. Der große. Der große? Lass mich mal gucken, ob ich da rankomme. Ich hab jetzt auch drei Schuss drin. Ja, der steht links am Stein. Jetzt links. Ja, der muss mich auch aufgemacht haben. Da ist er jetzt. X ist da. Da ist er. Ich bin leer. Ja. Ich hab einen verschossen. Sorry. Ich fahr einfach noch ein paar Runden um den. Dann geb ich ihm nochmal in die Seite. Ah, ich fahr jetzt einfach nochmal meinen Deep Reload hier. Ja. Ja, ich hab ihm nochmal eine gegeben, ne? Ah. Guckt jetzt wieder auf mich. Okay, eine geb ich ihm noch. Ist das getrackt jetzt auch? Ist er endlich getrackt? Naja. Aber ich hab jetzt noch einen Schuss drin. Ah, der ist nicht checkt. Dann hat er wieder repaired. Das wird nochmal knapp. Wir müssen das sogar noch irgendwie gewinnen, ne? Und kommen die denn nicht hinterher? Naja, ich kann's probieren. Dass er mich dann aufmacht. Doch, blind. Lull. Danke. Oh, ich muss safe gehen, ich muss safe gehen. Okay, safe. Das ist nochmal. Das wird nochmal knapp. Wahnsinn, ja. Der hat mich halt noch kurz vor seinem Tod aufgemacht. Ich muss ja PCR laden für die Kacke hier. Das ist nochmal mega knapp. Ich weiß nicht, wie es mit den APs aussieht beim Team. Äh, wir haben, wir darfst noch nur... 3.418, die haben 2.499. Also haben wir einen Vorteil von den HPs. Ja, wir haben aber ganz schöne Bots. Wir haben wenigstens Bots. Ich dachte, wir gewinnen das. Die müssen erstmal Damage machen. Das hätte ich jetzt noch ein bisschen besser gespielt. Guck mal, jetzt ist ja Scorpion-G raus. Das war eigentlich so der, der ein Game nochmal reißen kann. Ja. YS-3 wird der nächste sein. Der kann sich ja gar nicht wehren gegen so viele. Er muss zurückfallen auf jeden Fall. Und der hat Moon-Lager kaputt. Ja. Obbombom, lässt sich 2er einschränken, wird gecheckt und gesritt. Das war jetzt richtig dumm von ihm. Kannst du uns zurückformen? 2 Lamps bringen, kannst den Cap abgegeben. Na, muss ich jetzt auch. T-34, One-Shot. Warte mal lösen. Jetzt geht wieder der Type auf, jetzt wo ich grad wegfahre. Jetzt geht sich unser Scout jodeln. Der kriegt doch nie mal den Type, der gepennt wird. Ist doch zu blöd dazu. T-34, One-Shot. Okay, den krieg ich raus. Na toll, jetzt macht er so einen Jodeln-Move grad ruhig nicht bewegt. Jetzt hätte ich da übelst reinhalten. Der FV ist auch gerade zurückgefahren. Ja, hier unten ist es mir zu riskant. Ja, da ist er schon. Du kannst zurückfahren da oben, neben dem Haus kannst du doch. Man geht bis hin, so ich. Das ist jetzt los, ne? Ja, Gewinne ist zu sparen. Ich hab drei... Links rein, links rein, links rein, da hast du doch die Fische. Die sind nicht safe. Ist ne Lücke. Ja, ist ne Lücke, aber sind doch Steine, wo du dahinter fahren kannst denn. Den hast du auch gecheckt, bevor ich gemogen hab. Soll ich die Reload? Jetzt muss das Team mal was bringen. Ja. Sag ich doch zum Thema Busch der Löt. Funktioniert nicht. Ja, aber kannst dich zurückfallen lassen, hab ich doch gesagt. Ja. Na komm Team, jetzt macht auch mal was, ey. D4k Damage hier und das ist immer noch am los, ey. Da ist ne Lücke hier in Busch, siehst du das? Ja, ja. Zwischen dem Stein und so, da ist ne scheiß Lücke. Er will kämpfen. Du musst aber trotzdem zurück, sonst kann der T34 dir irgendwann den Arsch schießen. Siehst doch keiner, ob du da jetzt in der Hochkommt oder nicht. Ist wahrscheinlich schon oben jetzt hier, irgendwas ist hier schon. Da ist er doch schon. Ja. Ich hab das Glück gehabt, dass du den Schuss nicht gefressen hast. Na, dann wär ich jetzt RIP. Muss halt jetzt der Progetto mal machen mit seiner AP. Der 1000 HP Progetto. Seh ich von Banterra von drüben. Na komm Progetto, jetzt use deine AP, aber jetzt ist gescheit. Er will halt nicht. D34 ist halt auch schwer zu penne ohne Woll. Ist ja nicht. Ist ja gescheit. Ist ja gescheit. Einfach einmal aimen, ey. Mach sie jetzt was Progetto, come on! Ist ja noch eine 1 versus. Na jetzt bewegt er sich. Ist es zu spät. Ja, er geht doch, siehste. Oh. Jetzt ist es wieder gewinnbar. Wie viel hat denn der Panthere so? Da drüben ist er, der 140. 2 gegen 2 jetzt. Ja, der ist. Double get's back, aber ohne damage. Ja, unser Progetto fährt gegen St- äh, gegen das Haus, der Raff ist nicht. Der ist zu blöd zu fahren. Ich hab jetzt nicht mal einmal da drauf geschossen, ey. Ja, der ist zu blöd zu fahren. Da fährt's dann Schluss, dann ist Schluss. Ich musste den Progetto leider sterben lassen und ihn einfach als, äh, der Scout nutzen. Ich muss jetzt den FV... Wieviel leidet der FV nochmal? Ich hab's vergessen. Nicht viel, ne? also dann kann ich ja sogar mit dem train ja übrigens muss den pantar am zwei schuss rein drücken die musste der panther dürfte schwerer sein der frau der ist ja noch out of game dem würde ich erstmal nur in ruhe lassen ja wie soll ich denn so rüberfahren frage ich jetzt auch nicht jetzt aber jetzt wissen wir bescheid okay das war ein fehler ist in der base da kommt der entgegen er zog er will die auffahrt kommt hoch dann machen wir den zusammen jetzt kommen nimm dein ding es kommt mit nimm deine hp und wird jeder nimmt den schuss nicht rückwärts im rückwärtsgang gewinnst du kein gehen rückwärts überfordert wenn ich schon sehe wenn er da hier rückwärts fährt er ist halt auch an jedem haus hängen das ist total überfordert von jeder kannte der muss jetzt die schüsse fressen kommen du frisst die schüsse dann mache ich pendeln auch komm komm fahr jetzt drauf hp angriff kommen rein ich nehme den schuss wie sie werden bevor ja einen hatte er verschossen ja er hat ihn getrackt hat es gecheckt super er vor steht hundertprozentig auch noch dahin der end ab hat geschossen aus der letzten posi ja er ist da definitiv der hat dann von da in den busch geschossen den krieg ich jetzt hat nicht mehr so viel hp vielleicht recht sogar blind rausgeschossen stimmt das mache ich jetzt aber ich habe noch 13 schuss und dann zu viel blind kann nur drei minuten ist es wäre schon cool wenn du auch hinrommeln und einfach den rausnehmen da steht immer da das ist fast immer fast blau da irgendwie ich würde da jetzt vor und hinterm stein einmal blind abschießen und dann rüberfahren ich gehe aufhalten da ist er immer noch das ist gut dann kann ich jetzt einfach ein deep reload fahren es hat schwer dahin zu kommen steht da jetzt einfach auch wenn da müssen wir drei minuten zwei minuten das blöde ist der sie müsste zu spät sein sieht mich halt in der anfahrt das kann sich doch du kannst dich doch hier hinter den häusern ein bisschen will ich jetzt auch an den häusern lang tasten darf mich ja die gutes carry mal wieder ein schönes game das könnte ich mal auf youtube machen das war gut wir haben zusammen einen kiel beim anfang nicht ich habe an anfang nicht dran gedacht dass wir das dann noch verlieren könnten deswegen habe ich einfach ein bisschen bisschen lachs gespürt ein bisschen naja wird schon klappen ja der rommel auf den stritt war vielleicht zu früh ja er hat mich er war zu früh definitiv ich auch ganz sicher hätte ich damit gerechnet dass er so knapp war hat der hat mich zwei zwei schüsse hat er mich hat er mir reingedrückt und dir ja auch ich bin mir